DTM Premiere für Vitali Petrov bei den Testfahrten in Portimao. Der ehemalige Formel 1 Fahrer Vitali Petrov absolviert derzeit für Mercedes-Benz einen DTM Test. Auf der Rennstrecke im portugiesischen Portimao fährt der Russe seine ersten Kilometer in einen DTM Mercedes AMG C Coupé. Und, wie er selber sagt, wir werden sehen, was draus wird. Das ist der Testfahrt 4.5. Sollte Untertitelung des ZDF für funk, 2017